Ja, hallo Leute, ich bin hier glaub mal wieder so ein bisschen draußen so und wollte euch mal was zeigen, denn ich hatte den letzten Tag immer Langeweile und da hab ich mir gedacht, dass ich mir mal eine Pfeife baue. Das kennt ihr bestimmt, diese Pfeifen zum Rauchen, halt, ne? Ja. Hatte ich mir mal gebaut gehabt, wie ihr seht, ist auch hier schon ganz schön schwarz, weil ich die eigentlich meinen Oman und Opa schenken wollte, aber die, die nicht haben wollten, aber trotzdem, als er mit einer durchgezogen hat, ähm, ja, hab ich gebaut gehabt, ähm, zeige ich mir nochmal, wie ich das gebaut hab, und zwar hab ich hier von einer Bambusangel, ähm, hab ich einfach, ähm, ein Bambusstück abgeschnitten, hier, also da so, das ist ein Bambusstück, also der, ja, der, das Stück halt, ne? Und dann hab ich einfach von einem dicken Baum so ein Bambusstück abgeschnitten und mit einem Bohrer ausgehöhlt, genau wie hier. Dann hab ich das hier noch ordentlich mit Wachs alles fokussiert, ähm, ja, und daraus ist dann eigentlich mein Pfeif entstanden. Wollte ich euch mal zeigen, fand ich ganz cool, hat auch ganz schön lang gedauert. Und, ja, äh, wenn ihr mal Bock habt, dass ich mal vielleicht nochmal so was mache, wenn ich mal Langeweile hab, zum Beispiel hatte ich überlegt, mir mal eine Kornkorb zu machen, oder so, also wieder mal so eine Pfeife, ähm, die ist halt aus einem Maiskolben und einem Holunderzweig, ähm, ja, falls ihr Bock habt, darüber nochmal ein Video vielleicht zu sehen, dann schreibt es gerne in die Kommentare und so, und lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, und, ja, dann würde ich sagen, haut rein, ciao.